Vorher, nachher. Vorher, nachher. Vorne trete ich auch. Lachen. Kommando weiss noch, und einfach immer laufbereit machen. Jetzt stehe ich den Kapitel ein. Der wird wahrscheinlich auf die andere Seite. 3, 2, 1, los! Und lang! Okay. Und hinsetzen. Was? Die Arme nach hinten, die Ellbogen nach hinten. Wir haben schon die Starthöhe. So, Achtung. Kann ich mal Winkel? Super Start. Jetzt, wenn wir so einen Dauerton haben, würde man sinken. Und vorher, gleich nach dem Start, haben wir so Piepstöne gehabt. Das wäre Steigen. Jetzt müssen wir einfach, wenn wir etwas Glück haben, versuchen, diese Stelle wieder zu finden, wo es hoch geht. Ist es okay bei dir? Ist es okay bei dir? Zum Skiam. Ganz kopfweiter Windermarbe. Da haben wir unten kleine Diesel. Ja! Ich mach deinen Schaden hinterher. Keine Angst. Da hängt man voll im Gesicht. Guck mal, traumhaft. Jetzt fliegen wir zu der Alta rüber. Ja! Das ist richtig schön. Bitte? Das ist richtig schön. Jetzt kannst du mal hier die Bremse selber nehmen. Ja! Nur wenn du möchtest. Hört? Ja. Die andere Seite auch. Genau. Jetzt ziehst du mal rechts etwas nach unten. Rechts. Darf ich mal auch mal schnell? Ja. Ja. Ich glaube, hier haben wir auch gleich. Wenn wir Glück haben, dann kärme ich. Nein. Noch zu klein. Hast du es bequem jetzt? Ja. Es passt. Es passt. Ja. 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 Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Und das sind da eine Bekannte, glaube ich. Ja. Unter uns ist ein Poderbücher. Man weiß bestimmt, wie auch hier. Schaut mich an. Sie sind schön gehofft. Aber dann sage ich euch jetzt schön gehofft. Ja, ja. Aber ich glaube, nirgendwo, ich glaube, nirgendwo, nirgendwo fliegt, aber unbedingt fallen. Ja. Da fliege ich von dem anderen mal hin. Ja. Vielleicht mal Winkel. Wahrige Hände. Fahrst gerne einen afterfahren? Ja. Okay. Fahrler, kommst du an einen afterfahren? Ja. been locals. Ja. 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 J abgesagt. Ja. oh ja da es nicht aufgelaufen es nicht aufgelaufen So, dann kannst du mal langsam den Arbel nach vorne machen, genau, jetzt kannst du nichts verloren gehen, keine Angst. Dann langsam auch wieder aufrichten, so dass du da rauskommst. Dann kannst du langsam wieder. So, du bist schlafbereit? Ja. Okay, halt jetzt nicht erschrecken, die letzten paar Meter gehen ganz schnell vorbei, aber du bremst jetzt nicht alles raus und du versuchst einfach auf den Beinen zu bleiben. Ja. Kannst du vielleicht so leicht nach vorne beugen dann und dann packen wir das. Jetzt müssen wir den Windrängen wechseln auf, versuchen wir, dass wir da vorne landen, wo die Leute sind. So, wunderbar. So, jetzt geht's um runter. So, ich bin auf dem Fuß gestanden. So, jetzt drehe ich dir gerade kurz um zum Skiern. Juhu, erfolgreich gelandet. Äh, ja, tipptopp. So, jetzt ist es alleine, jetzt ist es da, jetzt ist es alleine. Fünf. Fünf. Ja, richtig gut. So, jetzt. So, jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020